Einen schönen guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der eine oder die andere denkt vielleicht in diesen Tagen, gibt es nicht wichtigere Themen in unserem Land als den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Rente, Pflege, Wohnen, Bildung, Arbeitsmarktsicherheit – die Zukunft Europas – zentrale und wichtige Themen, über die wir gerade jetzt auch in diesen Tagen bei den Koalitionsverhandlungen ringen und natürlich darüber hinaus immer hier im Deutschen Bundestag und in unserer Gesellschaft intensiv beraten und debattieren. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, trotzdem ist es richtig und wichtig, dass wir gemeinsam hier in diesem Haus so engagiert um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik ringen. Denn der Umgang in unserem Land mit Menschen, die bei uns Schutz und Sicherheit suchen, der ist ein Gradmesser dafür, wie ernst wir es meinen mit Menschenwürde und dem Schutz der Familie. Applaus Wir haben hier gestern zusammen in der Gedenkstunde gesessen, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Viele von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren dabei. Anita Lasca-Wallfisch hat eine wirklich bewegende und sehr beeindruckende Rede gehalten. Und ich finde, sie hat uns für unsere Debatte heute hier morgen und für unsere Entscheidung etwas mitgegeben. Ich zitiere. Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen menschlichen Geste, die hier gemacht wurde. Zitat Ende Und ich finde, wir sollten gemeinsam stolz darauf sein, dass Deutschland ein Sehnsuchtsort geworden ist und ein weltoffenes Land, in dem die Menschenwürde unser wichtiges Grundrecht ist. Applaus Und liebe Kolleginnen und Kollegen, weil die Menschenwürde und der Schutz der Familie nicht nur für Deutsche gilt und nicht nur für Christinnen und Christen, ringen wir hier heute Morgen und an vielen Stellen bei unseren Debatten um den richtigen Weg. Und wir machen es uns nicht einfach. Niemand macht es sich einfach, weder hier im Haus noch darüber hinaus. Applaus Und zur Wahrheit gehört auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das macht es ja so schwer, dass nicht alle Menschen, die verfolgt sind, nicht alle Menschen, die in einem Bürgerkriegsland leben, nicht alle Menschen, die in ihrem Heimatland keine Perspektive haben, bei uns Schutz und Sicherheit bekommen können oder eine Perspektive und eine gute Integration. Und deswegen müssen wir hier im Bundestag entscheiden, wer zu uns kommen darf und wer hier bleiben darf. Und dass wir uns diese Entscheidung auch heute Morgen nicht leicht machen, ich finde, das zeichnet uns auch aus. Applaus Der Familiennachzug, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Familiennachzug hat alles, was wir bei der Zuwanderung wollen und was wir uns wünschen. Er findet legal statt, er findet sicher statt, er findet geordnet statt, und zwar nicht durch Schlepper und Schleuser. Und er ist absolut gut und wichtig für unsere Integration. Applaus Und deshalb ist es für die SPD, und das möchte ich heute Morgen hier nochmal sehr deutlich sagen, immer sehr schwer, den Familiennachzug auszusetzen, zu begrenzen oder deutlich zu reduzieren. Und trotzdem, auch das sehr deutlich, ist der Kompromiss, wie Herr de Maizière schon gesagt hat, der Gesetzentwurf, den wir heute vorlegen, ein akzeptabler Kompromiss, den wir auf jeden Fall mittragen und den wir auch mit vereinbart haben. Applaus Das Wichtigste vorab, liebe Kolleginnen und Kollegen, ab dem 1. August 2018 soll es wieder Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte geben. Das ist die gute Botschaft und die wichtige Nachricht. Und damit es überhaupt wieder Familiennachzug gibt, denn wir kennen die Mehrheiten hier in diesem Haus auch, haben wir uns darauf verständigt, dass wir jetzt für vier weitere Monate den Familiennachzug aussetzen und diese Verlängerung beschließen. Frau Högl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kubicki? Ja, bitte. Frau Kollegin Dr. Högl, gehe ich recht in der Annahme, dass, wenn die Sozialdemokraten diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen würden, wir ab 1. April diesen Jahres einen unbegrenzten Familiennachzug hätten und gar keine Härtefallregelung bräuchten? Herr Kubicki, wir haben unter den gegebenen Umständen nach intensiver Debatte beschlossen, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für zwei Jahre auszusetzen, und zwar bis zum März diesen Jahres. Und die Rahmenbedingungen, unter denen wir das gemacht haben, sind, glaube ich, hier bekannt. Und ich lege in meiner Rede jetzt dar, warum es uns allen, denen der Familiennachzug im Herz liegt und eine humanitäre Flüchtlingspolitik nicht leicht fällt. Und trotzdem habe ich deutlich gesagt, dass dieser Gesetzentwurf, den wir heute beraten und beschließen, ein ganz wichtiger Schritt ist, ein Kompromiss, den wir jetzt eingehen, um eine gute Neuregelung ab 1. August auf den Weg zu bringen. Der einzige Zweck dieser Verlängerung, die wir heute Morgen beschließen, ist es, eine neue Regelung zu formulieren, mit der wir gewährleisten, dass ab dem 1. August 2018 wieder Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten zu uns kommen können. Und in der ersten Lesung am 19. Januar habe ich für die SPD-Fraktion hier ausgeführt, dass wir wollten, dass in diesem Gesetzentwurf das Datum 31. Juli 2018 explizit genannt wird. Und das ist jetzt der Fall. Denn bis dahin wird längstens verlängert und danach gibt es Familiennachzug. Mit dieser Regelung, mit einer Neuregelung vor, die ab 1. August greifen soll. Denn diese Neuregelung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wollen wir hier im Deutschen Bundestag gemeinsam sorgfältig beraten, sorgfältig formulieren und dann miteinander beschließen. Und das soll dann sicherstellen, dass ab 1. August wieder Menschen über den Familiennachzug zu uns kommen können. Der zweite Punkt, der der SPD wichtig war und den wir auch gewährleistet haben, das ist, dass bereits wieder Anträge gestellt werden können. Wir haben entsprechende Informationen aus dem Auswärtigen Amt, dass bereits jetzt wieder Anträge entgegengenommen werden können, Menschen eine Beratung bekommen können und die Anträge auch soweit möglich bearbeitet werden können. Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt der Härtefälle, weil das auch etwas ist, was uns allen natürlich sehr am Herzen liegt. Wir haben nach § 22 Aufenthaltsgesetz eine Regelung, mit der für Härtefälle Visa ausgestellt werden können und Menschen, die unter einen Härtefall fallen, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Im letzten Jahr waren das 66 Personen. Und deswegen sage ich ganz deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese Härtefallregelung anders auszulegen und anders auszugestalten, dass unter diese Härtefälle mehr als 66 Personen fallen und dass vor allen Dingen die Härtefallregelung, so wie es richtig und wichtig ist, interpretiert wird im Sinne des Kindeswohl und unter Berücksichtigung der UN-Kinderrechtskonvention. Das ist unsere Aufgabe. Wir gehen heute hier mit dem Gesetzentwurf, und ich werbe für die SPD-Fraktion um Zustimmung, einen ersten wichtigen Schritt. Wir verlängern die Aussetzung des Familiennachzugs längstens bis 31.07. Das ist vereinbart, und das ist notwendig, um uns Zeit zu schaffen für eine Neuregelung. Und dann wollen wir gemeinsam diese Neuregelung hier miteinander debattieren. Und ich hoffe sehr, dass es eine Neuregelung sein wird, mit der Menschen zu uns kommen können und die einen akzeptablen Kompromiss darstellt. Dafür werbe ich. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Christian Wirth, AfD. Vielen Dank.